Unsere Gastgeber haben sich auch aus der Politik rausgehalten und gesagt, Politiker in jedem Land sind so und so. Ich sage, ich finde, dass ihr einen ganz guten Staatsmann habt, der da die Geschickte ganz gut lenkt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute wieder im Gespräch mit Professor Max Otte zu seinem neuesten Buch, oder zu seinem neuen Buch Weltsystemcrash, das in der zweiten Woche hintereinander in der Spiegel-Bestsellerliste an Platz 7 ist, obwohl nicht wenige versuchen, es auszubremsen. Du kommst gerade aus Russland zurück, warst da eine Woche unter anderem auch zum Jagen, hast dich in einem Land umgeschaut, auch mit Unternehmern gesprochen, was sind denn die Eindrücke, die zurückbleiben? Ja, es war zum ersten Mal in Russland in meinem Leben, ich wollte da schon lange hin, aber wie es so ist, ich habe Unternehmen aufgebaut, ich bin mindestens einmal im Jahr in den USA, ich habe junge Kinder, es war viel zu tun hier, es hat sich einfach nicht ergeben. 2010 bin ich ja einmal Putin vorgestellt worden bei dieser Adlernrede, das war ich auch Sprecher auf dem Führungskräftegipfel der Süddeutschen Zeitung, wo der Putin da seine Freihandelszone vorgeschlagen hat. Das ist mal passiert, aber sonst wollte ich lange hin, jetzt habe ich die Gelegenheit beim Shop vergriffen, bin mit einem Freund und mittelständischen Unternehmer hingefahren, der selber von den Sanktionen betroffen ist. Die Sanktionen, du gibst das Stichwort, Putin war damals ja noch nicht Ziel und Opfer der Sanktionen, die sind erst seit fünf Jahren, glaube ich, da. Ja, ziemlich genau, 2014 im Frühjahr. Ja, da müssen wir nicht wieder einsteigen, da schreibe ich auch im Buch viel drüber, aber dieser Unternehmer ist jemand, der viel mit der Ukraine gemacht hat oder macht und in der Vergangenheit auch mit Russland. Er hat eine Firma, die alte Maschinen aus den 20ern, 30ern, 50ern, 60ern, 70ern, 80ern überholt. Denn die Mechanik dieser großen Werkzeugmaschinen, die war damals perfekt. Und er baut neue elektronische Steuerungen ein, man kriegt das zum Teil heute gar nicht mehr so gut hin. Also ein Tüftler, ein deutscher Maschinenbauer, wie er im Buche steht, und der kann praktisch keine Geschäfte mehr mit Russland machen, weil natürlich alles irgendwie unter Umständen dual-use ist, vielleicht auch militärisch verwendet werden kann. Aber er hat weiter die Beziehung zu einem russischen Geschäftsfreund dort, der auch mit war auf dieser Reise. Und da habe ich mir erst mal anhören können, wie stark wirklich der Mittelstand, viele Menschen darunter leiden, dass wir uns haben diese Sanktionen aufzwingen lassen. Aufzwingen, das möchte ich mal aufgreifen. Wenn du dort unterwegs bist in Russland, hast du den Eindruck, dass die Politik sich da sehr konsequent durchsetzt mit diesen Vorgaben, Sanktionen? Oder haben die wirtschaftlichen Verbindungen, die sich ja schon lange zwischen beiden Ländern entwickelt haben, auch eine gewisse Eigendynamik? Naja, die Beziehungen leben noch, aber die Wirtschaft ist natürlich tot, weil sie von hier aus kaputt gemacht wird. Von hier werden die Sanktionen umgesetzt. Und das Bundesausfuhramt, das braucht zum Teil unglaublich lange, um Genehmigungen zu machen. Und man kriegt eine Antwort vielleicht aber auch nicht. Also man kann keine Voranfrage stellen oder man kann eine Vorab-Anfrage stellen. Dann kriegt man eine Auskunft. Die ist aber nicht verbindlich. Das heißt, man geht erst ins Risiko und dann, es ist wirklich schlimm. Was ich merke, ist, dass die russische Mentalität, also einer meiner Mitreisenden hat eine sehr Amerika-affine Frau und für die ist Russland ganz weit weg und ganz böse. Aber die russische Mentalität ist uns oft näher als die amerikanische, obwohl ich ja selber amerikanischer Staatsbürger bin, da lange gelebt habe. Also diese Herzlichkeit, wie wir aufgenommen wurden. Wir waren in der Tat ein paar Tage zum Jagen im Kirov. Das ist so 60 Prozent bis zum Ural. Also nochmal anderthalb Stunden von Moskau. Da sind wir anderthalb Stunden ins Nichts gefahren. Dann nochmal eine Stunde mit dem Geländewagen weiter. Also diese Weiten, das war schon beeindruckend. Auch die Freundlichkeit. Ein Stereotyp traf nicht zu. Die Russen haben weniger Wodka und Bier konsumiert als manche ihrer Gäste. Also sie haben auch mal, also es war sehr gesittet in der Hinsicht. Natürlich hat man auch mal was getrunken, aber da scheinen sich auch mittlerweile etwas andere Sitten ein. Und wir haben ganz tolle Gespräche gehabt. Und diese Geschichte, was ich dann, war ich noch zwei Tage in Moskau mit meinen Freunden, mit der Gruppe. Wir waren an der Lomonosov-Universität. Die ist vor 200, 300 Jahren ja von deutschen Wissenschaftlern quasi gegründet worden. Also Deutschland und Russland haben eine so lange Geschichte, eine so tiefe Verbindung. Und es ist so schade, dass wir uns das geopolitisch kaputt machen lassen. Du hast gesagt, du warst zum ersten Mal in dem Land. Und da konntest du natürlich gut den möglichen Kontrast, nehme ich mal, ansehen, zwischen dem Bild, das man hier beim Konsum der Mainstream-Medien über Russland bekommt, das Bild, das die hier zeigen, und dem, was man später dort sieht. Wie groß war denn da der Abstand? Riesig. Vor allem habe ich mich sehr wohl gefühlt in Moskau. Sauber. Natürlich gab es gewisse Polizeipräsenz, aber diese Metro ist ja unter Stalin gebaut worden. Sie ist gigantisch, sie hat Kunstwerke drin. Also sie ist imposant. Und man fährt gerne mit der Metro. Null Schmierereien. Also die Polizeipräsenz war jetzt auch nicht repressiv, außer einmal auf den Kreml. Wir hatten nämlich eine Führerin, die hatte aber nur eine Lizenz als allgemeine Fremdenführerin und nicht als Kreml-Führerin. Und dann sind wir getrennt reingegangen und dann hat sie uns doch so ein bisschen was erklärt und ruckzuck war jemand da und hat sie da abgefischt. Und dann durfte sie auch nicht weiter mit uns gehen. Also draußen haben wir uns wieder getroffen. Sie ist jetzt auch nicht verhaftet worden. Sie hat auch Witze erzählt, weil sie sagte von einer Ecke, guck mal da hinten, das ist das höchste Gebäude Moskaus. Ich sage, so hoch ist das doch gar nicht. Doch, das ist die KGB-Zentrale, von oben sieht man Sibirien. Also Humor haben sie auch. Unsere Gastgeber haben auch sich aus der Politik rausgehalten und haben gesagt, Politiker in jedem Land sind so und so. Ich sage, ich finde, dass ihr einen ganz guten Staatsmann habt, der da die Geschickte ganz gut lenkt. Da waren sie natürlich froh, aber man hatte also selbst da das Gefühl, dass sich unsere Gastgeber ein Stück von der Politik distanzieren mussten. Ich war begeistert von Moskau, bin jedes Jahr natürlich auch ein, zwei Mal in Amerika. Das werde ich auch machen, aber ich werde sicherlich, wenn es sich Gelegenheit gibt, auch gerne wieder mal nach Moskau fliegen. Danke, Max Otte, nach seiner ersten Reise nach Russland.